Hallo, ich bin Natalia und das ist Bilal. Wir machen das KV bei der Baumann-Federen AG in Ermeswil. Wir zeigen dir jetzt unseren Alltag. Am liebsten in der Arbeit schätze ich die Teamarbeit und dass man mit den Kunden Kontakt hat. Hier bei uns, der Baumann-Federen AG, ist in Ermeswil der Hauptsitz. Mit zehn Standorten verteilt sind wir ein sehr internationales Unternehmen. Wir stellen Wertalfederen für eine bestimmte Branche her. Meine Tätigkeiten sehen von Tag zu Tag immer anders aus. Ich erfasse z.B. Bestellungen und gehe so auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Ich erstelle die Offerten und nehme z.B. noch die Telefone ab. Ich habe die Freude, bei mir im Beruf zu arbeiten am Computer und dass ich den Austausch mit den Kunden habe, die an meiner internationale Firma sind und somit kann ich auch meine Fremdschwache anwenden. Während der Lehre durchläuft man viele verschiedene Abteilungen und bekommt so einen tieferen Einblick in die verschiedenen Bereiche. Zu unseren Benefits zählt, dass wir das Lehrungslager durchführen, das Personal-Restaurant haben und den Leistungswahn bekommen wird, wenn wir gute Leistungen im Schaf oder in der Schule haben. Im Kaufmannischen Beruf muss man ein Durchhaltevermögen haben. Das heisst, man muss immer dran bleiben und man muss gut mit dem Team funktionieren. Wenn dir der Einblick gefallen hat, dann ruft ihr doch jetzt bei Baumann Federer AG.